Wir sind hier, um etwas Neues zu beginnen, etwas unheimliches, etwas unheimliches, etwas unheimliches, etwas unheimliches. Es ist geradezu das Geschäftsmodell der Banken darauf zu setzen, dass im Krisenfall die Staatengemeinschaft zur Rettung herbeigerufen wird. Es gibt kein Geld, kaum Arbeitsplätze. Ich persönlich überlege mir ins Ausland zu gehen. Resistenzio! Resistenzio! Por qué hacen esto, si no somos delincuentes? Esta es nuestra casa! Si se puede! Si se puede! Si se puede! Si se puede! People, businesses, governments, everybody has no more reserves left. Es misleading to think that COVID-19 is the only cause of the crisis. The overinflated asset prices, the problems of the banking system, the problem of debt. They were essentially like wood waiting for a match. It's like a pin which is pricking an enormous bubble. The overinflated asset prices, the problem of debt. The overinflated asset prices, prices, the problem of debt.